Ja hier ist die erste fränkische Brotmanufaktur in Berlin. Jetzt gehen wir da mal rein. Danke. Jetzt sind wir im Laden. Das ist ein sehr schöner, kleiner Laden. Da hinten ist die Backstube. Ich habe hier zwei Berichtes. Eins drauf und eins drauf. Also Brötchen mit Käse. Das ist die Backstube. Ich bin mir da, ich bin mir da, ich bin mir da. Ich bin mir da. Vielen Dank.